Den wollen wir mal, wenn das dann irgendwann mal fertig ist mit laden. Ladescreen? Du weißt doch, bin im Laden, bin nicht im Laden. Lass uns öffnen. Ne Runde Black Screen und weiter geht's. Ein Hoch auf die Ladezeiten in Battlefield 4. Oh, es geht los. Ich muss hier aber glaube ich noch irgendwas einstellen, was mir gerade nicht so passt. Mh, machen wir das auch mal so. Vielleicht läuft das jetzt besser. Mit weniger Leggings. Ich laufe schon, der Sound ist nur noch nicht da. Er wird nachgeliefert. No sound for the wind, da weiß ich bestimmt, wo die Gegner sind. Warum zur Hölle habe ich keinen Sound? Was soll das? Der mag dich nicht, der Sound. Ah, jetzt habe ich wieder Sound. Und jetzt mag er es wieder. Mein Black Screen. Ah, jetzt, jetzt habe ich Bild. Scheiße, wir haben gerade die Führung verraten. Oh, jetzt! Oh, jetzt! Einer uns verlockt, wir wurden getroffen! Da fährt einer mit EOD, wird um die lange Weile. Der jetzt ist bei dir angekommen. Der ist gerade an mir vorbeigefahren. Ich bin's. Nein! Ernsthaft! So richtig? Ohne Scheiß! Kann ich mal ein Mikro unter Kontrolle kriegen? Das ist echt abartig. Ja, ist schön. Hast du was geraucht? Was habe ich hier? Das will ich auch haben. Nicht schlimm. Auch spät pubertierende Pokémon-Spieler können sich an die Teamspeak-Regeln halten. Nö. Schwierig. Pokémon! Komm, schnapp sie dir, schnapp sie dir. Achsel der Babbo. Bist doch nicht so der Babbo. Achsel der Chabo. Beet-Pubertär. Das nennt man Post-Pubertär. Das letzte Mal, wo ich das gehört habe, war von 14-Jährigen. Von einem 14-Jährigen? Von einem 14-Jährigen, allerdings nicht zu mir, sondern zu einem 13-Jährigen. Richtig. Idioten. Micha spielt wie der Schrotflinte. Hab ich genau gesehen. Da läuft irgendwas schief hier zum Spielen. Auf der Web Schrotflinte? Nö, nicht so. Ich mag die Mettel nicht so. Geht mit seinem MG4 ab, Alter. Frag-Ammo drin? Na, mindestens. Damit hole ich Jets runter. I'm a god with him. What the fuck? Im Black Screen den Tobi getötet. Ich hab andauernd Black Screen. Was ist hier los mit dem scheiß Kabel von... Was ist hier los? Deine Grafikkarte ist kacke. Ja, das weiß ich. Kills, 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 kills. Man, alles mit Black Screen weiß ich brauch... Ich brauch nicht mal was sehen. Ich töte sie trotzdem. Mach mal einen Monitor aus und probier. Ja, das kommt, weil du an hast, so'n kleiner Lodger. Ja, weil ich an hab, ist richtig. Ey, du hast ihn bloß falsch eingestellt. Deswegen darfst du auch keinen Hardcore spielen, dann machst du nämlich nur Teamkills. Ja, ja, ist klar. Hallo. Moin, moin. Moin. Toxic, ich hab rausgefunden, warum Karl keinen so ungern Hardcore spielt. Der hat doch an, er hat ihn bloß falsch rum eingestellt. Ja, das hat ja gedauert, Toxic. Oh, Delay. Nein, mate, ja, das war bestimmt nur ein Lag. Du bist ein Delay. Das wollte ich grad sagen, man. Er hat viel als Delay, Alter. Ach, Jon. Ach, wie sie alle sterben. Trott lag. Ey, läuft bei mir, meine... Ah, der Bicher. Du hast sogar ein Headshot. Meine Gewonnen-Rate ist 100%, läuft. Deine, wat für ne Rate? Gewonnen-Rate? Ja, gewonnene Spiele-Rate-Kram. Ja. Und hast jetzt deine, äh, äh, Leitungen... Äh, hast du die Knoten aus der... Deine... 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 Äh, Tobi, wie soll ich das angestellt haben? Ich war den ganzen Tag auf dem Golfplatz. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Und jeder weiß, äh, ist Toxic. Ich hab meinen Router hingekriegt, also hättest du bestimmt auch deine Ladung hingekriechen können. Pff... Das... Jawoll! Was war das denn? Die Claymore! Aber du warst nicht den ganzen Tag auf dem Golfplatz, Tobi. Micha? Nö, aber ich hab's gestern Abend hingekriegt. Schmeckt! Da springt der Micha, meine Claymore. Irgendwann rufen meine Nachbarn auf die Bullen bei dem Gebirge. Ja, bei mir hat es es schon längst. Ach, Terror, nicht schon wieder. Terror, Terror sind hier aus einer Irrenanstalt. Der Micha! Ah! Alter, da stehen sechs Leute auf einem Haufen. Man, eine Raketenmärme, warum? Wer... Wer ist Hammerbolzen NRW? Deine Mutter! Daniel! Daniel? Ach so. Hammerbolzen NRW läuft bei ihm. Oh, die sind blöden gerade. Mit der Farmers aus der Entfernung? Das hast du nie im Leben selbst gemacht, mein Freund. Da hilft dir doch einer. Hey Terror, AC, komm mal in unser Sport. Komm mal, die Mutti, zeig dir mal, wie man die Waffe hält. So, Tobi, ich unterstütze euch gleich. Ihr unterstützt mich, die sind im Gegner-Team. Ach so, okay. Ich weiß nicht, in welchem Team ich bin, weil ich noch gar nicht geladen habe. Alter, ne, meine KD ist 1,38 und mein... Terror, komm in deinem Sport. Ja, ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Dirt. Warum ist mein Skill 128? Wie kackig ist es das denn bitte? Vielleicht weil du Noobs schlachtest. Ja, was soll ich denn machen, wenn nur Noobs auf ihren Surfern sind? Ja, auf mal einen Surfer wirst du sonst. Ja, danke für deine konstruktive Hilfe. Ich kann nicht beitreten, den Squad bei der V... Ehe, wer aus unserem Team ist als HP-Team markiert, oder? Was ist das für eine komische Anzeige da? Als HP-Team? Nein, HP-Team. Ein Major kann es kurz aufmachen, wenn du stirbst. Ach Gott, ich dachte, du wärst tot. Nee, ich war bloß kurz ein Stück zurückgegangen. Ach, ich wurde vom Level 6 erschossen. Oh mein Skill wird wieder sinken, hammergeil. Ich liebe mein Leben. Weißt du, das kommt vom Level über 100 sein, tolle Wurst. Haha. T-Mark gewonnen, würdest du sagen. Ich bin Level 90, ich hab noch alles vor mir. Blue-Cremper-Exos-Gelecker. Netcode of Shit. Ein Toiler. Oh, schau, jetzt hab ich... Jetzt hab ich geladen. Oh, geil. Richtig gutes Timing, Mann. So, ich würde sagen, Double XP-Wochenende plus 100% Booster. Vorkelig. Willst du mal einen 200er haben? Was? Willst du mal einen 200er-Booster haben? Ich hab auch einen. Hahahaha. Hahahaha.